Die Kreisbotschaft im Lichte der Wahrheit von Abdrushin Als Ernst Oskar Bernhard lebte er im Tirol auf Vomperberg. In dieser Zeit schrieb er die Kreisbotschaft im Lichte der Wahrheit. Als einzige Wahrheit, die den Menschen übrig bleibt, wollen sie sie annehmen oder nicht. Es ist jedem freigestellt. Der aber, der sie annimmt und ihn sich lebendig macht, dem wird sie zum Stabe und zur Stütze durch den Chaos und alles Leid, was ihn noch treffen muss. Die Kreisbotschaft Eine göttliche Botschaft, auch mit Immanuel verbunden. Als Abdrushin brachte er dieses heilige Wort noch einmal zu den Menschen. Vor 2000 Jahren war Jesus da und brachte auch die Botschaft aus dem Licht von Gott. Er brachte sie in Liebe zu den Menschen, aber sie achteten nicht auf das Wort, denn sie liebten das Dunkelmeer. So entschied das Licht, Gottvater, dass noch einmal die Botschaft kommt zu den Menschen. Ein letztes Mal. Und der Herr schrieb, Abdrushin schrieb, die Kreisbotschaft im Lichte der Wahrheit von 1931. Die Botschaft von 1941 legt sie weg. Sie ist nicht richtig, nicht wahr. Ismael hat nicht fetterführend mitgeteilt, dass sie unter die Menschen soll. Denn Ismael war noch bei den Menschen, die hellhörig waren, die noch hörten auf das Licht. Aber da niemand mehr da war, konnte Ismael nichts mehr künden. Er kündete noch bis 1948. Und dann hörte es auf. Ismael war der verlängerte Arm von Immanuel, also von Abdrushin, auf Erden. Nur Ismael konnte damals mitteilen, ob 1941er Botschaft nun für diese Menschheit die richtige ist. Aber er verstummte. Er war nicht da. So hat der Mensch also eigenmächtig gehandelt und diese 1941er Botschaft in Grün auf den Markt gebracht. Eigenmächtig. Ohne das Licht zu fragen. Diese Menschen machen sich schuldig. Darüber müssen wir nicht nachdenken. Und es ist ihr Weg in dieser Schuld. Nun, ich komme wieder zurück auf die wahrhaftige Botschaft, das Original von 1931. Ihr könnt es bekommen in Deutschland und auch in der Schweiz. auch für Österreich natürlich. Auch für Österreich natürlich. Lest diese Botschaft von 1931. Es ist dringend notwendig, dass ihr versteht, was nun geschieht. Denn es kommt noch einmal ganz neu, ganz anders auf diese Erdenmenschen zu. Gerade Kreuzträger, die glauben, sie haben das Kreuz auf der Stirne und es sei immer noch lebendig, aber innerlich verstockt sind, kommen nicht weiter. Sie können das Neue, was nun kommt, nicht verstehen. Und es wird alles neu. Versteht. Versteht ist richtig. Es wird alles neu. Und wer verstockt ist, der wird abfallen. Wer selbstüberhebend ist, besser wissen wollend, der wird abfallen. Was übrig bleibt, sind natürliche, einfache, aufrichtige Menschen, welche noch die Sehnsucht haben, das Gotteswort noch einmal zu bekommen. In der Gralsbotschaft. Würde ich jetzt noch die Gralsbotschaft erläutern, mit dem Wort, warum Gral, so würde es zu weit gehen, in diesem Vortrag. Das habe ich schon erwähnt, in einem Vortrag, in einem Video, der heilige Gral. Verbunden mit Parzival. Nun ist es so, dass der Mensch seinen Weg schon gewählt hat. Er wird ihn nicht erst wählen. Für das ist es zu spät. Er wird seinen Weg, den er gewählt hat, vor zig Jahren nun gehen müssen. Er wird gezwungen, da alles Licht in höchster Schnelligkeit ihn dazu zwingt. Es kommt zur Auslösung, dort, wo er steht, wo er das Wollen hat, sei es rein oder unrein. Es führt aus der Wille Gottes. Die Gralsbotschaft wird in der Wahrheit alles durchleuchten, aus dem Urgeistigen herabkommend, in das Reingeistige, dann in das Geistige, wo der Mensch herkommt, auch die Gralshöhe und die Gralsburg benennen und erläutern, dann weiter in das Jenseits. Diesseits und jenseits wird der Mensch sichtbar gemacht, was nun geschieht, wo er steht, was ihn erwartet. Die Gralsbotschaft ist der Schlüssel für die Menschheit, um wahrhaftig wieder zu Gott zu gelangen, um überhaupt Gott anzunehmen in seinen Gesetzen. Die Schöpfungsgesetze, die der Mensch immer umschiffen wollte, die der Mensch nie akzeptieren wollte. Der Mensch machte eigene Gesetze und das Chaos sehen wir heute, wo der Mensch drinsteckt. Die Gralsbotschaft von 1931 ist noch im Textaufbau, also im Satz Spiegel, noch im richtigen Aufbau und auch in der richtigen Schrift. Ihr könnt es noch kaufen, meldet euch bei mir. Geht nicht in den Buchladen, denn dort ist es nicht. Dort ist die normale Gralsbotschaft, die wohl weiterführt, die wohl alles auch durchleuchtet, aber die euch nicht so lebendig werden kann, wie die erste Botschaft von Abdel Schien von 1931. Der heilige Gral aus diesem heiligen Gral wurde das Wort für diese Kreisbotschaft. Darum Kreisbotschaft. Das Wort kam von Parzival. Er brachte das Wort zu Abdel Schien und er schrieb es auf. Unermüdlich. In wenigen Jahren war das große Werk mit 900 Seiten vollendet. Über 300 Vorträge. Die Menschheit braucht diese Wahrheit. Denn ohne die Wahrheit wird sie nicht zum Sieg kommen. Es ist nicht möglich. Sie kann wohl ein kleines Ziel verfolgen, es bleibt aber immer im irdisch materiellen stehen. Nur die Kreisbotschaft vermag das hohe reine Ziel mitzuteilen, mitbegleiten den Menschen. Der Mensch kann immer in der Kreisbotschaft eine Stütze finden, ein Anker für das, was er zu tun hat. Es durchleuchtet sein Wollen, es durchleuchtet seine Schwächen. Er wird an den Schwächen erbarmungslos aufgezeigt, wie er zu wandeln hat auf dieser Erde, wie er zu wirken hat. Eher ein Wirken als ein Wandeln, denn dazu ist der Mensch noch gar nicht bereit, dass er auf der Erde wandeln kann. Denn er muss wirken, er muss durch die Mühsal gehen, damit es ihm feiner wird dort im Erkennen. Und das ist an den Wallen. Die Kreisbotschaft im Lichte der Wahrheit, gebracht von Abdrugin, ist das Gotteswort. Nur das hilft den Menschen weiter, in dieser Not und in diesem Chaos ergreift es, es ist ein Anker, der den Menschen jetzt noch hinaufbringt oder dann später im Jenseits. Bewusst jetzt hinaufbringen ist Stärke und ist Entschlossenheit und gibt Erkenntnis, macht den Geist so stark und rein aufstrebend dass es ihm eigentlich nur gut tut im Edelmut, im Schönheitssinn, in der Treue zum Licht, in der Treue zum Gott, in der neuen Treue und dann auch zu Immanuel, wenn er es versteht, wenn er lebendig wird in ihm, denn in diesem Buch, in dieser Botschaft ist das Wort von Immanuel. Er greift es und geht mit ihm, werdet lebendig auf diesem Weg, auf eurem neuen Weg. Es wird ein neuer Weg sein, der durchleuchtet wird, ohne Trübsal, ohne Schwäche. Ihr werdet immer stark darin stehen und andere werden mitkommen. Es können sogar Gruppen sein, die dann mitgehen und immer mehr an sich reifen, stärker werden. Sie kann dann zur Lichtschar werden. Die Kreisbotschaft, die Botschaft erneuerlich aus dem Lichte. Immanuel brachte die Botschaft in Abdruzgin. Abdruzgin verlindet sie in Vorträgen, in Sätzen und in Fragenbeantwortungen. Abdruzgin ging 1941 von dieser Erde. Schwer enttäuscht, dass die Berufenden nicht zu ihm gehalten haben. Aber das ein anderes Mal. Heute gilt die Aufmerksamkeit nur diesem einen Buch, das sie kaufen können, erwerben können. sie müssen dann mir schreiben, dann können sie es erwerben. Gut, das soviel zu Grails Botschaft, die einzige Botschaft, die aus den Irrungen, Verstrickungen, Irrtümern herausführt, den der Mensch hinterlassen hat, auf dieser Erde. Nun aber kommt die große Reinigung. Auch das steht im Buch und noch vieles mehr. Die Botschaft im Licht der Wahrheit von Abdrushin.